Jona Veltina vom Welte 2, meine Damen und Herren, und dann Land Adel und dann die berühmte Stute Dagmar vom Furios und so, als auch hier ein großformatiger, bedeutender, junger Dreijähriger von 1,72 Stock im Sattel Heiko Klausink, der natürlich hier auch über unseren Auktionsgeschäft, es versteht den jungen Ängsten, den nötigen Hall zu vermitteln, dann sieht das so aus. Aber auch dieser großformatige Neu-Farvel-Dreisohn, meine Damen und Herren, hat da, wie wir es sehen, Temperament und Charakter, man scheint sich an nichts zu stören und lässt seine ihm eigenen, feinen, schonen, jungen Jahren akzentuierten Bewegung. Das ist schon mal die erste Sahne. Und dann der Leistungsträger Land Adel, hier schön locker am langen Zügel, erstklassig schon als junges Pferd hier in der Balance, Heiko. Auch eine sehr probate Schrittphase hier mit deutlichem Übergriff, sehr gut geregelt, so soll der Schritt aussehen. Dieser Verein in Famoso, meine Damen und Herren, hat eine sehr gute Dressur, Zukunft vor sich, wenn wir das hier so betrachten, auch mit Sicherheit, auch Championalswein. Wir bedanken uns, Heiko. Und jetzt, deshalb geht es richtig zum Strahlen bringen. Fantastisch, danke schön.